Herzlich willkommen zu meiner Vorlesung Controlling. Mein Name ist Prof. Dr. Markus Launer. Ich möchte Ihnen heute zeigen, was Sie in diesem Semester erwartet. Gehen wir nochmal in die Vorlesung hinein und schauen, was erwartet Sie im Controlling und in der Unternehmenssteuerung. Inhalt des heutigen Podcasts ist, warum Vorlesung Controlling? Was ist der Sinn und Zweck? Warum gerade Prof. Markus Launer diese Vorlesung hält? Die modernsten Konzepte Blended und E-Learning, Podcasts mit Flip Classroom Konzepten, aber auch die sozialen Aspekte. Nicht jeder von Ihnen ist ein Top Performer. Ich möchte, dass jeder diese Prüfung besteht. Wir haben Kontakt zu lokalen Unternehmen und auch wir sind international vernetzt. Wir arbeiten auch mit internationalen Professoren zusammen. Ich erkläre Ihnen, was die Lernziele dieses Semester sind und ganz entscheidend, wie schaffen Sie eine gute Note. Die Unternehmenssteuerung heute und Unternehmen ist ein hochkomplexes Thema. Wir reden über das operative Controlling, das strategische Controlling. Wir brauchen die Steuerung und die Planung, aber auch vor allen Dingen die Steuerung nach dem Shareholder-Value-Konzept mit Kapitalkosten, Discounted Cashflow und Economic Value Added. Controlling gibt es in den unterschiedlichsten Formen und in allen Bereichen. Lassen Sie mich kurz zeigen und Ihnen einen Überblick geben. Schauen wir uns hier mal auf dem Bildschirm an. Wir haben einmal das Beteiligungscontrolling in der Finanzholding oder nehmen wir das strategische Controlling, meistens im Corporate Controlling in Vorstandsnähe aufgehangen. Dann haben wir auch das koordinierende Controlling, vor allen Dingen in Stammhauskonzernen wie BMW, Bayer, BASF, große Unternehmen. Und das operative Controlling begegnet Ihnen sowieso in allen Unternehmensbereichen. Nehmen wir das detaillierte Funktionscontrolling. In der Produktion, im Personalwesen, im Marketing, überall im Unternehmen finden Sie Controlling. Innerhalb von Funktionen gehen wir mal ganz ins Detail. Preis, Distributionscontrolling. Bis ins kleinste Detail gibt es Controlling und da finden Sie in den Unternehmen auch die Controller. Nehmen wir die modernsten Organisationsformen, Projektcontrolling, Risikocontrolling. Auch hier werden wir kurz einsteigen. Was brauchen Sie dieses Semester an Grundlagen? Ich hoffe, Sie haben alle Ihren Mathematikschein bestanden und ich weiß, das war nicht einfach. Wahrscheinlich hat Ihnen Buchhaltung auch keinen Spaß gemacht. Dieses Semester wird es Ihnen Spaß machen. Ich sage Ihnen, da wird man noch viel machen. Bilanzierung. Wir brauchen G&V. Wir brauchen die Bilanz. Wir brauchen die Cashflow-Rechnung. Kostenrechnung haben Sie hoffentlich auch schon bestanden. Wir brauchen die Voll-Dieteilkostenrechnung. Plankostenrechnung ist Standardprozesskosten. ABWL 1 werden wir auch fast komplett durchgehen und wir brauchen Auszüge aus der AVWL. Sie sehen, Sie brauchen das gesamte Spektrum der BWL. Warum lehre gerade ich so gerne Controlling? Ich komme von der Universität Mannheim. Kaderschmiede, quantitative BWL. Wir mussten durch Mathe, Statistik, Scheine durch. Das war hart. Ich war dann in der Corporate Controlling, der Höchst AG und habe für Vorstände also in der Planung gearbeitet. Berichterstattung bis hin zur Unternehmensbewertung, operatives Controlling und Unternehmenssteuerung habe ich gemacht. Dann über 20 Jahre lang Investor Relations. Hier habe ich mit Investoren kommuniziert, die G&V erklärt, die Bilanz, die Cashflows in Geschäftsberichten, Quartalsberichten. Ich habe Börsenprospekte geschrieben, Kapitalerhöhungen gemacht, Börsengänge, One-on-One-Meetings mit Investoren und auch Analysten-Meetings. Und auch nachts um zwei, nach dem Dinner und nachdem Sie in der Bar waren, kommt der Finanzanalyst und stellt Ihnen Fragen. Und auch dann müssen Sie noch wissen, wo die wichtigen Stellen im Cashflow sind. Was ist das Vorlesungskonzept dieses Semester? Alle Vorlesungen sind mit Blended- und E-Learning-Konzepten versehen. Wir werden die neuesten didaktischen Konzepte anwenden mit Excel-Übungen. Meine Damen und Herren, Sie dürfen diese Hochschule nicht verlassen, ohne Excel zu können. Gerade in Ihrem ersten Job werden Sie in Excel-Sheets sehr viel planen, glauben Sie mir. Wir machen Live-Chats, Video-Tutorials. Wir haben Flipped-Classroom-Konzepte. Das heißt, Sie hören sich diese Videos bitte vorher an, bevor Sie zu mir in die Vorlesung kommen und dann können wir über die Inhalte schon diskutieren. Elektronische Übungsaufgaben stehen Sie auf der Plattform. Prüfungssimulation am Ende des Semesters mit Realprüfungen bis hin zu den ersten Ansätzen, das ist ganz neu, elektronische individuelle Lernpfade. Wo haben Sie Ihre Stärken? Wo haben Sie Ihre Schwächen? Wir machen Online-Chats und Gruppenarbeiten im Internet, sehen Sie auf der Plattform und da können Sie mit Ihren Kollegen kommunizieren. Tauschen Sie die Ergebnisse aus und schauen Sie, wie sicher Sie in den Rechenaufgaben sind. Möchten Sie Quiz und Gamification? Können wir auch machen. Machen wir einen kleinen Wettbewerb. Wer ist der Beste? Wer hat am schnellsten gerechnet? Alles auf der Plattform Moodle und alle Bücher, die Sie dazu brauchen, sind in E-Books verfügbar und auch Links ins Internet. Sie haben hier alle Möglichkeiten. Jetzt würde ich Ihnen gerne noch geben, was Sie in der Vorlesung erwartet. Schauen wir doch mal rein. Gehen wir einmal in die Charts und machen einen Überblick. Sie sollten auf jeden Fall fit sein in den Grundlagen des Controllings. Planung, Berichterstattung bis hin zur Budgetierung, operatives und strategisches Controlling sowie die wertorientierte Unternehmenssteuerung. Was ist bei den Grundlagen zu beachten? Die Controlling-Philosophien, die Organisation des Controllings. Der Principal Agent-Agent-Ansatz in Ihrer Anwendung, bitte, meine Damen und Herren. Immer wieder ein schöner Fehler in der Klausur. Voll- und Teilkostenrechnung bis hin zu Standardkosten ist Kosten-Plankostenrechnung. Bilanzierung, Gewinn- und Verlustrechnung und Cashflow. Da müssen Sie bitte sattelfest sein. Traditionelle Kennzahlen und dann gehen wir auch schon ins Kapitalkostenkonzept. Was erwartet Sie bei den Grundlagen des Controllings? Es gibt verschiedene Controlling-Philosophien, die Organisation des Controllings, aber auch der Principal Agent-Agent-Ansatz. Und hier, meine Damen und Herren, möchte ich, dass Sie das anwenden können. Sie müssen die Theorien auch in der Praxis umsetzen können. Wir brauchen die Voll- und Detailkostenrechnung, Bilanzierung, G&V, Cashflow. Meine Damen und Herren, da müssen Sie bitte sattelfest sein. Traditionelle Kennzahlen und dann gehen wir langsam auf das Kapitalkostenkonzept. Berichterstattung, Planung und Budgetierung. Was erwartet Sie da? Wir machen kurz die Berichterstattung. Wir werden sehr detailliert in die Planungsrechnung gehen. Sie werden auf Excel Planungen machen, wie das in der Realität auch passiert, auf Basis einer Plan-G&V. Wir reden über die Budgetierung. Hier kommt vor allen Dingen der Mensch ins Spiel. Und da müssen wir sehen, welche Planungsfehler macht er und welche Budgetierungsspiele gibt es da. Wir gehen in Zero-Based Budgeting bis hin zu Beyond Budgeting. Und dann vor allen Dingen Excel-basierte Kalkulationen. Denn das werden Sie später in Ihrem Unternehmen, in Ihrem ersten Job machen. Operatives Controlling. Wir gehen einmal ins Sachanlagevermögen und wir wiederholen nochmal die wichtigsten Investitionsrechenarten. Working Capital Management in jedem Unternehmen heute ist sehr wichtig. Hier geht es also um das Umlaufsvermögen. Sie müssen verstehen, was es die ist. Standort- und Plankostenrechnung. Keine Sorge, da gehen wir noch nicht so tief hinein. Aber einen Überblick brauchen Sie auf jeden Fall. Dispositive Entscheidungen auf Basis der Deckungsbeitragsrechnung. Das muss sitzen. Make-or-Buy-Entscheidungen. Kaufe ich Produkte zu oder produziere ich sie selber? Eine typische Fragestellung im Controlling. Grenzkosten, also sogenannte Zusatzaufträge. Und dann vor allen Dingen die Programmplanung. Welche Produkte sind im Unternehmen wichtig? Welche weniger wichtig? Welche tragen zur Deckung der Fixkosten bei? Management von Gemeinkosten wird ein immer wichtigeres Thema, weil die Gemeinkosten immer größer werden im Vergleich zu den Einzelkosten. Das war früher anders. In den 80er Jahren angefangen mit Gemeinkostenwertanalysen. Dann Zero-Based Budgeting. Heute moderne Instrumente, die Prozesskostenrechnung. Das müssen Sie auf Excel und auf Papier bitte beherrschen. Strategisches Controlling werden wir hauptsächlich anschneiden im Überblick. Und Target Costing machen wir im Detail. Da müssen Sie auch bitte auf Excel basiert die Rechnungen durchführen können. Balance Scorecard, Portfoliorechnung, Risikcontrolling, Benchmarking machen wir einen Überblick. Da müssen Sie die theoretischen Konzepte verstehen. Wie gesagt, immer mit Excel-basierten Übungen. Dann, meine Damen und Herren, jetzt kommt mein Steckenpferd. Wertorientierte Unternehmensführung. So werden moderne Firmen heute geführt. Sie müssen wissen, was ein Weighted Average Cost of Capital, das sogenannte WAC, ist. Capital Asset Pricing Model. Sie müssen errechnen, was erwartet der Investor, welche Eigenkapitalrendite erwartet er. Discounted Cashflow Methode gehen wir im Detail durch. Und gegen Ende des Semesters, ich verspreche es Ihnen, Sie können eine komplette Unternehmensbewertung selbst durchführen. Der Economic Value Added, der EVA und auch in der Planung dann der Market Value Added, der MVA. Sie müssen aber auch die theoretischen Probleme der wertorientierten Unternehmensführung kennen. So zum Beispiel das Zirkelproblem, das Lücketheorem. Und wie gesagt, auch hier machen wir Excel-basierte Übungen und Einsendeaufgaben. Jetzt kommt die ganz entscheidende Frage. Wie kommen Sie hier durch? Wie kriegen Sie die gute Note? Sie müssen rechnen, rechnen, rechnen und deswegen kriegen Sie viele Übungsaufgaben. In der Klausur brauchen Sie wenig zu denken. Ich hoffe, Sie sind gut vorbereitet und Sie müssen schnell rechnen. Sicher rechnen. Deswegen machen wir auch Excel-Übungsaufgaben, die Sie aber insbesondere auf die Praxis in Ihrem Unternehmen vorbereiten. Einsendeaufgaben mit Feedback. Sie können aber auch in den Chats mit Ihren Kommilitonen diskutieren. Diskutieren Sie die verschiedenen Konzepte und verstehen, was hinter den Zahlen steckt. Wir machen Prüfungssimulationen auf Zeit am Ende des Semesters. So können Sie schauen, ob Sie in der Zeit durch die ganzen Rechnungen durchkommen. Zwischendrin gibt es Podcasts wie diesen, Aufzeichnungen. Wir machen live Videoaufzeichnungen und auch live Vorlesungen im Unterricht. Hauptsächlich nach dem Flipped Classroom-Konzept. Mir ist es wie gesagt wichtig, dass Sie sich vorbereiten auf die Vorlesungen und dass wir in den Vorlesungen auf Fachniveau diskutieren können. Ich hoffe, Sie haben jetzt richtig Lust bekommen auf Controlling. Mir macht das riesig Spaß. Sie werden mich aber auch wieder sehen in der Finanzierung, gerade in der Online-BWL oder im Unternehmensplanspiel, Dienstleistungsmanagement, im E-Business, im internationalen oder interkulturellen Management. Manche kennen mich schon aus den wissenschaftlichen Arbeiten. Ich freue mich darauf, mit Ihnen dieses Semester zusammenzuarbeiten. Wir werden viel rechnen, aber auch diskutieren, verhandeln, viel Spaß haben und zum Schluss hoffe ich, dass Sie alle wissen, wie man moderne Unternehmen steuert.